Matthias Reim trauert um seinen Vater. Georg Friedrich Reim ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Unsere Gedanken sind bei der Familie in dieser schweren Zeit. Matthias Reim. Große Trauer um seinen Vater. Matthias Reim, 65, ist in diesem Jahr wieder vollends zurück auf die Bühne gekehrt. 2022 hatte er mit einer Burnout-Erkrankung zu kämpfen. Doch eine Auszeit brachte ihm die Kraft zurück. Um dies richtig mit seinen Fans zu feiern, war er gleich mehrfach in diesem Jahr live zu sehen. Und performte dabei nicht selten mit seinem Sohn Julian Reim. Familie wird in der Familie Reim ganz groß geschrieben, umso schmerzhafter ist es aber dann, wenn ein Familienmitglied diese Welt verlässt. Kürzlich wurde bekannt, dass Matthias Reims Vater, Georg Friedrich Reim, im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Der Todestag liegt schon einige Tage zurück. So soll der Vater des Schlagers da bereits am 1. November seinen letzten Atemzug getan haben. Matthias hat sich bisher zu diesem traurigen Verlust noch nicht geäußert, dafür aber Georgs alte Schule. Georg Friedrich Reim, römisches Kreuz 94, seine alte Schule, gedenkt ihm in einem Nachruf. Georg Friedrich Reim war 22 Jahre lang Rektor des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Homberg. Er war ein überaus geschätzter Kollege, so fiel der Nachruf für ihn von seiner Schule überaus emotional aus. In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Georg Friedrich Reim, einem herausragenden Pädagogen und Schulleiter, der die Bundespräsident Theodor-Heuss-Schule nach den bewegten 1968er Jahren fast drei Jahrzehnte lang mit großem Engagement und Klugheit geleitet hat. Georg Friedrich Reim verstarb am 1. November im Alter von 94 Jahren und hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis in der Bildungsgeschichte unserer Gemeinschaft. Wann und ob sich sein Sohn Matthias zu dem Tod seines Vaters äußern wird, bleibt abzuwarten. Wir wünschen allen Angehörigen in dieser schweren Zeit viel Kraft.